hallo freunde und willkommen in diesem video nur mal ganz kurz mit ein kleiner tipp vor allem für die dark them oder dark modifens unter euch werden sich denke ich freuen und zwar will ich euch ein kleiner trick wenn man so will zeigen wie wir den dark modus aktivieren können wenn wir am pc oder laptop beim whatsapp hier angemeldet sind ja also über die webinterface standardmäßig ist hier dieses helle modus hier und wir haben erst mal so ohne weiteres auch keine möglichkeit das zu ändern allerdings wer da ja den dunklen modus bevorzugt der kann das auch machen wir müssen da ein bisschen tricks und so zu sagen ja und das geht aber sehr schnell und einfach im prinzip und das will ich euch jetzt schnell zeigen und zwar nachdem wir uns hier wir müssen uns erstmal anmelden hier an der webinterface ja was ab web und nun müssen wir jetzt in dieser entwicklerkonsole hier beziehungsweise ja das shift steuerung und c oder i oder rechter maustaste eben und hier element untersuchen ja das gibt mir ziemlich jeden beliebigen browser in meinem fall ist das jetzt hier firefox spielt aber also der browser spielt keine rolle wie gesagt das funktioniert auf jeden fall mit alle anderen auch und hier haben wir einfach suchen wir hier nach body class gleich web hier der eintrag und hier müssen wir einfach also hinter web einfach ein leerzeichen hinzufügen dark eingeben und enter und nun können wir die konsole hier schließen und schon haben wir unser dunkles modus hier für die webinterface ja es geht also wirklich sehr schnell und einfach es bleibt natürlich nicht gespeichert das müssen wir dann im ja jedes mal nach dem wenn wir uns anmelden so umschalten wenn wir das wollen genau ja das war es auch schon alles was ich euch jetzt schnell zeigen wollte ich hoffe dass es euch weiter geholfen hat wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen abonnieren nicht vergessen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal